So, noch zwei, ne? Was haben wir jetzt? Zerschlagung. Variables, Gewehr und irgendwas. Achso, dieses komische Hammer-Ding, ne? Was zum Hammer-Ding? Oh, das ist auch die schön. Das Ding, was so ist wie die Hammer bei, äh, ganz schade. Zerschlagung. Sehr einfach, aber ja, ich kriege ja auch mal diese Farben. Ich hatte kalt, der Füße. Ich hatte die Füße. Keine Flutbohlenheizung. Hey, das war nicht gut. Manchmal sind wir aber geschossen, bloß nicht auf euch. Scheiß Maschinengewehr. Ach, jetzt sind wir mal wieder zusammen. Schon merkwürdig, wenn es andere Farbe gibt. Na ja. Weiß nicht, wir haben uns doch gar nicht geändert, ne? Ja, ich hab Brot genommen und wir sind auch. Das muss ich nicht verstehen. Ich bin nicht hier. Ich hab die schon hier. Oh, oh. Ich weiß gar nicht, wer das ist, hier. Oh, fuck. Geh noch, hinter dir. Ich brauche hier Hilfe. Ah. Weg kann, wegkommen. Ah. Ich musste Waffe bitte schwer sehen. Ja, aber ich muss nur so. Oh, ich hab ne Bombe für meinen Schrein. Ich kann was opfern. Oh, 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 oh. Hier kann man ja auch um, 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 um hier oben stehen. Ja, ja, ja. Ja, man kann zwar oben stehen, aber so wirklich ein Sniper ist halt ja nicht, ne? Ne. Macht irgendwie nix, das Ding. Das war's! Ah, ich glaub, das war mein Schreien. Oder? Scheiße, wie kommt man da hin? Toll. Wo ist der Schrein, verdammt. Eine Weite. Toll, in der Zeit lebt der natürlich schon wieder. Im Raum sind sie drin. Mann! Scheiße, Beppo kommt angerannt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das Pekamon. Schnell! Wir bleiben dich nicht. Der Hälfte bestimmt ist noch. Mache doch mal was, Gehchi! Gehchi! Mach dich fort, jawoll! Achtung, hörst du mein Leben! Gehchi! Ja, ich will mal was vor. Das Käfi am Boden zerstört. Wo ist der andere? Der Krabbel. Ah, okay. Ich höre dir. Okay. Er will dazwischen gehen. Nein! Wir haben ihn die Kräfte verlassen. Oh. Na, 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 na. Bin mir gut. Die sind genau, ich muss nicht nirgźdessen. Ah! Mein Controller hat einfach mal... Achso, das war ja der, der alle war. Scheiße, ich muss mal hier... Der muss den auch machen. Das war gut. Controller ausschalten. Und den Controller an. Oh, der ist jetzt natürlich kalt. Oh, jo, da ist er immer. Oh, man, ich wollt mal dieses komische Ding ausprobieren. Ah, so macht man das. Also das Beste an den Dingern ist die Kurzwaffe, ne? Der Rest ist irgendwie Schrott. Oh, das war aber voll geleckt, ey. Ich hab den da hingeworfen. Das war eben. Da hat noch einer gebrochen. Ne, hier war ja keiner mehr. Das ist, ausrücken. Da bin ich. Ich brauch Deckung. Ich brauch Deckung. Fertig. Fertig. Ausrücken. So, ich hab's wieder... Was? Beppo, du Arschgesicht. Och, gleich fangst tot. Ja, der hat da mehrere Opfergaben auf den Schrein gelegt. Dann war er wahrscheinlich davor drin und ist explodiert, dass ich Rache geschoren habe. Oh. Der war schon hin. Weizen. Ich hab von der Rache. Oh, kann Rapper. Ich hab da drüben. Oh, ich hab hier drüben. Lebt der andere noch? Nein, der war's nicht. Das macht ja ein lustiges Geräusch, wenn man den komisch nachladet. Hört sich an wie ein Blasebalk. Na, warte. Keine Sorge, ich helfe dir. Achtung, Beppo kommt. Watt, schon wieder? Ja, den Beppo hatte ich ja auch erschossen. Deswegen, der ist schnell wieder gespawnt scheinbar. Alle, beide wieder da. Hä? Boah, der ist noch weggekrabbelt. Der ist noch weggekommen. Hä? Glück an, Alter. Wie geil war das denn? Achtung, Beppo fliegt, glaube ich. Ach ne, ist okay. Okay, fertig. Die romantische Begegnung im Rauch. Hm. Ja, komm, angerannt Beppo. Ja, komm, 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 komm. Wut, 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 wut. Nein, werfen wir doch nicht der Bombe hin zum Spielen. Da hab ich noch nix von. Boah, das kippt's nicht, ey. Man, die ganze Woche tötet mich, ey. Das kippt's nicht. Nein, überhaupt nicht, ey. Boah, auf dem Dach ist er. So, erreich, mhm. Nein, ich wollte das noch gar nicht da hinlegen. Nein! Na, warte, ich zieh dir die Beine weg. Du Mistkerl. Ja, Mann. Nein, das krabbelst du weg, ey. Wie fix. Ich bin aus dem Feuer rausgerannt. Und? Ah, ich weiß nicht alles. Nein. Weil wenn das dein Molly zufälligerweise gewesen ist, dann verbrennt dich das ja selber, wenn du mich in deinem Molly heilst. Verstehst du? Aha. Hä? Da. Das ist ne Blackbox. So. Was macht mein Schrein? Bombe ist scharf. Aufgepasst. Jetzt legen wir schon drei Bomben vor mir drauf. Oh, die kommen. Oh, die kommen, die kommen. Jetzt will ich mir angucken. Fertig. Oh nein. Oh nein, der hat die weggemacht. Was? Jawohl. Der Beko ist noch her. Oh, Patron, genau. Oh, meine Schreinbomben. Oh nein. Oh nein. Ich halte ja an wie Silvester. Boah, das ist ein Beko, wenn ich gerade von hinten so was kann. Oh nein. Sehr gut. Ehhhh. Ich bin die Einzeste, die jetzt hier... Ahhhhhh. Ne, das ist mein. Das ist der letzte. Jo, was darf ich euch anbieten? Bier, Cola? Bier und Cola gemixt? Ja, ich hatte da eh keine Chance mehr. Ich wollte denen was zu trinken anbieten. Danke. Hab ich grad eben gehabt. Ich hab's einfach erschrocken.